Willkommen liebe Leute zu einer weiteren Livestream-Ankündigung. Am Samstag, den 7.4. um 20 Uhr wird es wieder einen Livestream geben. Diesmal keinen World of Warcraft-Stream, sondern ein ganz normaler Stream mit allen möglichen Spielen wie MW3, Binding of Isaac und was wir auch sonst die ganze Zeit immer bei den Spielen spielen, Cube und so weiter und so fort. Alles mögliche. Also, am Samstag um 20 Uhr ist der Start mit Open End. Ich weiß allerdings wirklich nicht, wie lange ich aushalte, weil nach dem Stream gestern bzw. heute Morgen bin ich durchaus etwas ausgelaugt. Aber naja, wie auch immer. Der Stream ist zu erreichen unter, ja, in der Beschreibung steht der Link oder in meinem Kanal rechts steht auch ein Link zu Own3D. Chat wie immer, Hedi92 Live. Ich freue mich, wenn Leute einschalten und sage bis Samstagabend. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.